So, hohohoho, willkommen in der Gruppe E, weil Österreich ja doch gar nicht vorhanden ist in Gruppe D, deswegen konnten wir uns nicht spielen, es holt mir leid, mein Fehler. Also wir machen mit Gruppe E weiter. Rumänien gegen die Ukraine, Mucke über den Rumänien, ich die Ukraine und ihr schreibt jetzt in die Kommentare, was glaubt ihr, wie endet dieses Firmatsch und die reale Partie. Aktuell sieht es so aus, ein Unentschieden und zwei Siege für mich, ein sehr, sehr knapper Erfolg mit der Niederlande war das. Mal gucken. Mucke jetzt hier das erste Mal drei Punkte einfährt. Das haben wir in genau, ich sag mal, 15 Minuten. Ja. Oha. Das geht schon mal schlecht los. Oh, danke. Ja, bitte. Na? Ah, bitte. Danke, bitte. Was will ich jetzt schon wieder pfeifen? Aber wir haben jetzt, ich glaub, das allererste Mal, ein Mann als Schiri. Ja, kann. Ja, ich glaub auch. Oh. Okay, nicht so überhastet sein. Du nervst. Oh, danke. Ich wollte es nur mal angesprochen haben. Oh, sehr gut. Okay, okay. Was macht Mucke jetzt? Was macht er jetzt hier? Zustellen, wegzustellen. Weg damit. Ball vergessen. Kann passieren beim Fußball. Noch ne Ecke. Ball vergessen. Okay. Machen wir mal anders. Nein! Scheiße. Anders war Mist in dem Fall. Oh Gott. Torwart, Hechtsprung, was denn? Oh Gott. Ich wollte einen Hechtsprung. Egal, ich nehme ihn. Tor. Ja. Wie hätte ich das denn machen müssen? Hä? Oh Scheiße. Ich meine den rechten Stick reindrücken, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe es in den Augenblitz aber verkackt. Du hast so schön drüber geschossen. Ja. Moke geht in Führung. Und ich habe noch nicht einmal aufs Tor geschossen. Bin jetzt gerade das erste Mal hier so richtig in deine Hälfte. Und gebe den Ball. Ja. Oha. Das kann ja was werden. Ja, ich reiche jetzt. BAM. Elfmeter. Und dann lege ich mir den zu weit vor. Elfmeter. Ja. Oh Scheiße. Oh Mucke, du bist wirklich ein Hälsiger hier, ne? Also ich muss gucken, wenn es... Ja. Aber ich bin geschwungen. Frag mich nicht wie. Ja, Mist. Wir lehren dazu. Die ersten beiden Elfer waren verkackt, die zweiten gingen rein. Es wird besser. Also wir sind steigerungsfähig. Das haben wir festgestellt. Oh Scheiße. Ah. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Was mache ich denn? Und ich hatte nochmal die Chance zum Klären. Ich hätte noch 5 Meter gehen können. Okay, die Statistiken, die hier eingeblendet werden, sind echt cool. Ich habe... Da bleibe ich bei. Ich habe keinen Blick für. Ja, da kam es gerade in deinem Elfmeter-Kasten die letzten Abschlüsse. Okay. Abseits. Ja. Ah, ist soweit. Gut. Oh, das war klar. Aber man muss ja Schiss haben. Ja. Spiel doch, bei mir ist noch flach, ja? Ich weiß, dass du darauf spekulierst. Deswegen habe ich es hoch gemacht. Ach, der war doch schon weg. Leute. Ganz ehrlich, der war weg. Oh, schade. Oh, nee. Der sollte nach ganz vorne. Oh, Alter. Mocke spielt uns hier. Schwindelig! Oh, mal wieder eine Ecke. Ich komme schon bei der Fluchtbeute. Plus kann ich mir da jetzt verursachen. Ja, das ist auch nicht besser. Das ist auch nicht besser! Ja! Oder? Ja! Okay, was ich da mache, ich habe keine Ahnung. Ich fühle noch mal ins Netz gefallen. Zweimal nach der Ecke so blöd agiert, okay. Scheiße. Oh! Oh, nein, nein, nein! Was, 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 was? Ach so, was? Oh, ich dachte schon. Hätte ich auch gut gefunden. Ja, ich weiß. Also, drei Elfmeter in einer Partie, das ist, ich glaube, ich... Ich glaube, wir schaffen es noch, ohne Statistik, äh, irgendwelche Rekorde zu knacken. Ja. Ich glaube, drei Elfmeter in einer Partie kann ich mich nicht daran erinnern in all den Jahren. Ich möchte auch nicht. Wir können leider auch nicht mehr nachschauen. Okay, jetzt kommt er rein. Oh! Ja, rot! Ich habe Ball gespielt. Also, machen wir... Ne, machen wir rot raus. Das war Ball. Guck mal, die Beine sind gebrochen, wenn er liegt. Beine ab. Aber wir haben ja schon häufiger gezeigt, dass wir auch ohne können. Ja, das war ja so. Sehr gut! Boah, also... Boah! Okay. Das erste Mal Pfosten... Alter! Riesenchance! Shit! Was für eine Möglichkeit! Scheiße, ich hab mich verhindelt! Gib mir mal den Ball, ich löse das. Ja, das war aber so nicht geplant. Oh, super pass! Komm, komm, komm! Das war abseits, Mensch! Nee! Mann! Mucki! Drei riesen Chancen! Pfosten, denn fasst das Eigentor hier, der Lupfer war einfach zu schwach und jetzt eben gerade das auch noch, also ich glaub es nicht. Oh! Also ärgerlich, Rumänien führt mit 2 zu 1 und ja, meine Truppe war eigentlich jetzt richtig am Drücker und lässt drei riesen Chancen liegen. Dazu noch zweimal nach einer Ecke richtig blöd einen Elfmeter verschuldet und den anderen richtig schön in deine Füße gespielt. Oh! 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 Das wäre jetzt auch zu viel des Guten gewesen! Aber man muss, was ich wirklich feststelle, man muss viel mehr antizipieren, was macht der Gegner. Ungefähr so. Ja, und dann bitte auch pfeifen. Ja, bitte auch pfeifen. Was denn? Äh, hab uns gesehen. Komm, mach! Oh! Schon wieder Verletzter! Ja! Ich glaub, der war schon wieder tot. Der dritte im vierten Spiel. Scheiße. Spiel. Oh! Ja! Der ist tot. Du lass... Keine Ahnung, wie du das immer machst, ohne dass gepfiffen wird? Alter, Leute! Rumblödeln ist noch nicht! Oh! Gut. Gut. Ei, 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 ei. Den hab ich noch! Den hab ich noch! Ich hab gesagt, ich hab ihn noch. Warum hat denn das jetzt nicht gepfiffen? Also da lag schon wieder einer auf dem Boden. Das macht zu hier. Ja, war wird zu eng. Schöner Pass. Was? Stell's aber auch zu, ey. Das war gut gesehen. Ja, das war schlecht. Hä? Hm. Äh, Grätscher war falsches Timing. Maaan! Wir müssen... Ja, wir müssen mal irgendwie umstehen, glaub ich. Oh, aber der Stimme war vorbei. Ich hab gedacht, ich hätte noch ein paar Meter laufen können. Aber scheiße. Der hat mich rum... Ey, du hast da schon wieder einen umgeschubst. Hä? Fürs Meckern oder was? Oh, mit GoPro. Bro. Nächste Ecke. Bis jetzt waren die Ecke sehr gut. Ja, zwei Ecken, zwei Tore. Ah ne, ich glaub mehr Ecken. Aber auf jeden Fall schon zwei Tore durch eine Ecke bei dir. Ah, die war aber schlecht. Ah, die war aber schlecht. So, die ist mal weit nach vorne gekehrt. Sehr gut. Ah, richtig schön in den Lauf sollte der... Gut. Ah, der auch. Ei! Was? Hä? Ja, man muss wissen wie, ne? Wahrscheinlich. So, gelb rot. Nein. Das war ein Tätschelchen. Super! Und auch keine Ecke. So. Ah. Ich bin geflogen. Oh ne, echt jetzt? Ne, ich bin wieder da. Weiter? Aber irgendwie läuft das Spiel hier von alleine. Wie, das Spiel läuft von alleine? Okay. Irgendwie bin ich grad rausgeflogen. Aber wieder reingeflogen und... Na ja. Glück für dich. Kannst du spielen? Ich kann spielen, ja. Ich bin kurz irgendwie auf dem Desktop geflogen und dann war ich wieder da, dann... Keine Ahnung was das war. Aber... Du hörst mich noch und so, ne? Ich hör dich. Ich seh dich. Auch eben... Gerade hat sich der... Ähm... Spiel auch bewegt. Ich hatte kurz gewartet und dann hattest du dich bewegt. Deswegen dachte ich, du kannst wieder spielen. Kann ich auch. Okay. Nein. Oh. Alter. Ja, hallo. Kommt jemand zum Glück? Oh, Suppe! Oh Mann, ich komm hier auch nicht durch. Ah. Die letzten 10 Minuten. Uh. 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 Wir wechseln, wir wächseln, wir wechseln. Wir wechseln, wir wechseln. Die können ich mehr. Pff. Ich höre aber, du wechsel beide Ukrainer. Ja, was ist denn das jetzt? Mann, wieso hatte ich da nicht den Ball? Ja, das war's, der Schlusspfiff.